So, bonjour, äh bonjour, ja ja genau, bonjour, äh bonsoir, hallo Freunde der NLW über 18 hier. Ja, ich denke mal, dass das Problem mit den kurzen Videos sich erledigt hat. Denn wenn ich mir mal die Dauer des letzten Videos angucke, dann kann ich sagen, ja, sie sind eigentlich fast genauso lang wie die damaligen. So, aktuelle Verbrechen betrachten. Gangaktivität bei Worm Street, Fahrzeuggestohlen. Genau, das ist das, was ich euch mal gesagt habe. Aber wir können, genau, jetzt hier in ein Taxi fahren, können es aber auch sein lassen. Äh, wir können aktuelle Verbrechen der Polizei, ach hey, uns angucken und diese dann, ähm, erledigen. Dafür gibt's Geld. Leider kein Ansehen bei der Polizei, leider auch kein Polizeistern, aber nun gut. Ah ja. Ja klar, ich krieg jetzt hier ein Fahrtungslevel. Ja, Moment, ich muss weg hier. Ich muss weg, ich muss weg. Denn, das Auto. Auf was ballert der? Auf was ballert der? Das ist jetzt sehr interessant, Freunde. Das ist jetzt wirklich sehr interessant. Jetzt geht er weg. Hey, 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 hey. Was passiert, wenn ich jetzt... Ja, natürlich. Ich hab ein Fahrtungslevel. Das kann doch nicht sein, weil... Ey, ich helfe dem Bulm. Ja, klar, ich hab direkt zwei Sterne. Ich hab direkt zwei Sterne. Da will man den Bullen nur helfen und das ist dann der Dank dafür. Das kann ja nicht sein. So, aber ich glaube und hoffe, dass wir das jetzt hier relativ schnell über die Bühne kriegen. Hallo, ich steh mich neben dich. Ja, danke. Okay. So, wir müssen aber... Moment, wo bin ich überhaupt? Wo oben ist... Ach, du liebe Zeit, da oben. Okay, also, wohin fahren wir? Brucey oder Dimitri? Ach, komm, Brucey. Brucey, Brucey. Brucey, Brucey. Das heißt, hier jetzt links... Oh, da stand der Polizeiwagen. Dann hier lang. Das ist dann echt der Dank... ...der Polizei, wenn man ihnen mal ein bisschen helft. Komm weg hier! Und es fängt an zu regnen. Weil... ...feuchtigkeit... ...sind die Autos hier echt fast unbeherrschbar. Das, äh... So, jetzt fahren wir wieder rüber. Die Karte, auf die wir uns bewegen, die wird natürlich immer größer. Ach ja, genau, ich wollte euch das zeigen. Gleich, wenn wir stehen. Schön auf Seite gehen, genau. So ist das. Fein. Hallo, mach mal die Schranke auf. Hallo, ey, ich hab die paar Lava-Lampen, lass mich mal durch hier. Okay. Kein Fahrtungslevel, kein Fahrtungslevel. Ja. Ist auf jeden Fall keine Mautstelle. Oder doch? Ich weiß es nicht. Oh, da... Oh! Das ist schön. Da hätte ich jetzt gern einen Truck gefahren. Aber so ein Polizeiwagen... Guckt euch die Straßen an hier. Das ist fast wie in San Francisco hier. Oh oh. Gegenverkehr, gegenverkehr. Scheiße, da... Komm und ich links abbiegen. Äh, dahin. Äh, wieso? Ich sollte doch... Ach. Sag mal, weiß das Ding, wo es hin will. Kann doch nicht sein hier. So geht's auch. Ne, es geht doch auch hier lang, oder nicht? Ja, sie ist... Ich wollte doch sagen, so langsam ein bisschen kenne ich mich hier schon aus. So, und dann hier rum. Hier rein und dann... Hallo, Kollege. Sind wir da? Ach, herrje. Eins. Ja! 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 Ja Ich höre, dass die Sachen lustig machen. Hey! Ich fühle mich wie ich lustig habe? Funny balls. Du hast mir eine Messe. Was willst du? Help! Ich verlese die Plot hier! Pause. Ich bin schützt, man. Ich bin wirklich gut mit dem Ding. Viele Leute sind sehr dankbar. Jetzt hörst du. Lio hatte ein Auto. Kannst du das? Er hat es in einem Alleyway auf Yorktown Avenue. Stil. Wenn du das letzte Mal bezahlt hast, ist das kein Problem. Ja, natürlich. Und die Risiken? Na, das ist das einfach. Okay, ich werde es einfach machen. Bye! Ja, 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 ja. Dann müssen wir uns gleich wohl wieder vom LCPD-Auto trennen. Denn wir müssen ja ein Auto stehlen. Das heilt auch so schön, wenn man in Brücken drunter durchfährt. Das finde ich auch geil. Okay. So. Dann einmal hier drauf fahren, bitte. Da stand auch schon wieder ein Kollege. Das hab ich gesehen. Ähm. Moment! Hier links. Ach, so. Was? Wie sieht der Wagen von vorne aus? Na. Ja. Der Pryor hält schon einiges ab. Aber, ach man. Ich will hier nicht überall drauf fahren. Auch wenn es danach aussieht. Da sind wir. Geh hinten rum zum Wagen und hol ihn dir. Gehen. Scheiße. Scheiße. Ich hab da Scheiße gehört. Hab das auch gehört. Einige deutsche Attribute hat dieses Spiel schon. Das ist echt cool. Sieht fast aus wie ein Siebener BMW. Oh oh. Kein Risiko, Spruzzi? Vielleicht ist dieses Juicing mit deinem Kopf. Er versucht, Laos' Wagen zu nehmen. Gib doch Gas. Gib doch einfach Gas. Was? Ach. Ach, das sind auch mehr. Ach du Scheiße. Ist das jetzt so eine gute Idee hier? Ich weiß nicht, wenn die jetzt gleich einen guten Treffer haben, dann nämlich Geschichte. Scheiße. Komm, sorry, aber jetzt hab ich keine Zeit für. Vernehmen! Oh Mann, ey! Scheiße! Hier will ich gar nicht hin! Hier will ich gar weiter! Hier will ich nicht hin! Hier will ich nicht! HIN! Oh oh, kacke Nein, 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 nein Komm, geh mal Warum muss immer ich so ein Glück haben? Ja, warum muss ich immer so ein Glück haben? Man rutscht doch runter oder mach irgendwas Ja, komm, 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 komm Komm, rutscht doch Der Wagen ist strott Toll Okay, danke, jetzt haut ihr ab, ihr Wichser Ist doch nicht wahr Easy as can be Wie einfach es doch sein kann Ach, nee, ich nehm den hier Hallo, den da Nico Oh 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 Nein, 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 ich will, ich Ey Ey Steil Ey, es kann doch nicht sein Es kann doch nicht sein Ja, ich bin tot, du Idiot Ja Und wieder alles weg Das ist echt nervig Das ist echt nervig, Freunde Wie viel Kohle hab ich? Oh, 3000 Dann gehen wir jetzt erstmal so richtig schön fett einkaufen Ich hab den Polizisten da gerade eben erst zu spät gesehen Und dann stand er direkt vor der Tür Ist doch nicht wahr Oh Gott Nein, wieder so ne Kiste Wenn wir cruisen Wenn wir kurven Wenn wir durch die City cruisen Oder wie war das? Wie ging das? Ich weiß es nicht Oh, jetzt müssen wir hier ganz außen rum fahren Oh ja, ist gut tiefer gelegt der Wagen Ist echt gut tiefer gelegt So, jetzt hier hoch Oh Gott, kommt er noch hoch? Kommt er? Ja Jetzt sind wir da So, dann hier hoch Hier links Und dann müssten wir jetzt gleich eigentlich schon fast da sein Oder? Ich brauch die schusssichere Weste Und ich brauch ne richtige Knarre HALT War klar Was die Feuerwehr War nicht schlecht Ah, da sind wir schon Ach Mensch, hau doch mal ab, Mann Hau doch mal ab, hier Na also, geht doch So Jetzt shoppen Ja, ja So Beste Ja, ja Da möchte ich die haben So, das sollte reichen Und jetzt nur noch ne normale Knarre Die sollte ja eigentlich nicht so viel kosten Ja, sechs Minuten Und können wir uns nochmal Patronen holen Jawoll So, das reicht Da oben müssen wir hin Perfekt Das sollte jetzt genügen Danke Hier steht der Typ schon wieder da Jetzt da links Und da müssen wir eigentlich schon da sein Da müssen wir Das Problem ist Aus dem Auto rausschießen Das heißt, man muss sich zeitgleich Auf den Verkehr konzentrieren Und dazu dann noch versuchen So gut wie möglich Mit der Maus zu zielen Und das sind wirklich Sachen Da hatte schon jemand Meine Kommentare geschrieben Dass das das Einzige ist Was er in diesem Spiel echt gehasst hat Und ich weiß ganz genau, Baby Was du meinst Mir geht's da genauso Zack Zack Einsteig Einsteigen So, das kennen wir schon Diese Kurve hier So, das war das Oh, kacke Werde dein Fahndungslevel los Ich wusste schon, wofür ich die Knarre hatte Hallo, tschüss So lange Straßen Oh Gott Das Auto soll nicht kaputt gehen Das Auto soll nicht kaputt gehen Oh, war Hier kocht gerade einer Und das stinkt richtig widerlich Gerade, Freunde Seid froh, dass ihr gerade nicht hier bei mir seid Äh, hier durch Nein Oh, haut doch ab hier Oh, was ist das für eine Musik Das Auto darf nicht so viel kaputt gehen Und ich habe zwei Sterne So ein Scheiß Ich muss einfach nur schneller sein Okay Sie werden nicht kleiner im Hintergrund Oh Gott Da ist der Nächste Ha Blockier die jetzt selber da hinten Oh, das sieht ganz gut aus Das sieht ganz gut aus Ja, Crystal, Crystal Ich bin auch gleich ganz gecrystalt Jetzt darf der mich da nur nicht kriegen Das sieht gut aus Ja, wir haben es geschafft Boah, sehr gut So, und jetzt schön vorsichtig mit dem Wagen sein Okay, wir können hier weiter Zu Brucis Garage Wo ist die? Oh, 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 oh Was war da gerade? Einer Rasen am Meeren Ausfahrt verpasst Oh, Scheiß Wieder links Ah, da wieder links Boah, das ist doch keine Straße Hä? Okay, da ist noch nicht mal eine Straße Hallo, weg hier Bin wenigstens so nett und hupe Andere würden drüber fahren So, da ist der Park Nein, nicht schon wieder kaputt Sehr gut So, jetzt hier rum Das eben jetzt mit dem Wie ich das jetzt gemacht habe Eigentlich im Prinzip Es ist wirklich einfach Wenn man eine Taktik hat Und die dann auch durchzieht Dann ist es wirklich sehr einfach Aber auf die Taktik erstmal drauf Komm, das ist die andere Sache So, jetzt müssen wir wieder runter Hallo Roman Ich komm gleich Nochmal vorbei Jetzt hier runter Und, äh Ah, da sind wir Oh, nein Oh, das kann doch nicht sein Nein, 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 nein Oh, oh Ey, auf den letzten Zentimetern Das kann ja nicht sein Boah Ach du Scheiße Oh Gott So, Brucey Jetzt noch den Anruf Oh, wir kriegen gut Kohle Junge, Junge, Junge Jetzt können wir uns Waffen von kaufen So, ruf da jetzt an Ja Hey, 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 hey Du Wichser Boah Ey, ey, nee Nein Nicht schon wieder Nicht schon wieder Das kann nicht sein Nein, ich renne hier in eine Sackgasse Nein, doch nicht Gott sei Dank Das kann nicht sein Das kann nicht sein jetzt Ah, raus hier Raus hier Raus hier, weg hier Ah, 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 ah Ah, 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 ah Bin ich draußen? Ja, er wird langsamer Komm, bitte Warten Warten, 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 warten Ah, ich meine Und Ich bin Hilfe Es ist